Hallo, wir haben heute, einen Tag vor der großen Veranstaltung in Oberhausen, vor dem eigentlichen Wahlkampfauftakt, unsere zweite Welle der Plakate, der Großflächen vorgestellt, mit einem neuen Motiv des Ministerpräsidenten, mit einem neuen Themenplakat, in dem es um Arbeitsplätze geht. Und wir haben natürlich unseren neuen Tourbus präsentiert, das Fahrzeug, mit dem der Ministerpräsident, sein Team und viele Journalisten in den nächsten Wochen in Nordrhein-Westfalen, in den Städten und Gemeinden unterwegs sein wird, auf den Marktplätzen vor den Hallen. Und jetzt geht es langsam wirklich los. Oberhausen, das ist morgen der Startschuss für die heiße Wahlkampfphase. Jetzt kommt es auf unsere Mitglieder, auf unsere freiwilligen Teams an, damit wir eine breite Mobilisierung hinbekommen. Denn wir brauchen viele, viele, die mit anpacken. Das können nicht die Kandidaten alleine. Es kommt auf alle an, die jetzt mithelfen müssen in den nächsten vier Wochen. Deswegen bitte ich um eure Unterstützung in den nächsten Tagen.